Was ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer heißt die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Mia, I love you. No. All you love is being a sender of attention. I can't stand this anymore. I'm so tired of being the old one out. So what are you trying to say? I'm gonna go now. Zwei von dreieinhalb tausend Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine am 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser Bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rüber gehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Such Ende. Such Ende. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020